Hiho Leute und herzlich willkommen zu meinen Gamescom-Erlebnissen, denn ich bin jetzt wieder da, sitze zu Hause, bin gemütlich am Videos schneipeln und habe alles, was ich so aufgenommen habe, auf meinem PC geladen. Und jetzt heißt es zusammenfassen und Spaß haben, denn ich muss sagen, die Gamescom war richtig geil. Ich hatte ja schon recht hohe Erwartungen, was an den Spaß, den ich da haben werde, angeht und ich muss sagen, die wurden großteils alle erfüllt. Denn es war unheimlich voll, wirklich, man könnte eigentlich schon sagen zu voll, denn zeitweise ging einfach gar nichts mehr. Am ersten Tag war um 10 Uhr, glaube ich, offizieller Einlass und eine Viertelstunde vorher hieß es schon, ja, aufgrund der Massenanläufe müssen wir den Einlass erstmal pausieren und mussten halt irgendwie einen Weg suchen, die Leute zu verschiedenen Türen rüber zu nutzen und alles, weil es einfach unheimlich voll war. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht, es gab unheimlich viel zu sehen, vor allem unheimlich viele Leute zu treffen. Ich habe endlich die Leute vom Sebi-Kraft-Thema persönlich getroffen, was cool war. Ein paar Zuschauer dann, was mich tierisch gefreut hat, ich hatte ja erwartet, dass es nicht so viele werden, aber es war trotzdem unheimlich schön, euch da mal persönlich zu treffen, ein bisschen zu quatschen, also schon mal danke dafür, das hat mich richtig gefreut. Leider konnte ich nicht alle Leute treffen, die ich treffen wollte, Leute wie Günther Shadow, General Pilofas oder TomDot. Oh, die wollte ich zwar auch alle sehen, aber irgendwie bin ich da nicht gut darin, die zu entdecken, wenn die irgendwo sind. Allgemein wichtig, gutere Leute mitzubekommen, wer so da ist. Das, oh, mein Handy krakiert im Hintergrund, naja. Ja, aber es gab auch viel zu sehen und zu erleben, ja, vor allem viele Spiele, denn dafür ist die Gamescom ja nun mal da. Das erste, was für uns so ein kleines Highlight war, was uns ein bisschen überrascht hat, war Dragons Profit. Da sind wir eher zufällig an der Präsentation zu vorbei getappert und haben uns gedacht, wow, das sieht echt cool aus. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzusehen. Die, was wir uns versprochen haben, sah gut aus. Die haben prinzipiell schon auf eine Beta, man kann es sich also schon angucken. Was ich garantiert mal machen werde, das sah echt gut aus. Herr Sebi, was sagst du für Dragons Profit? Nicht geil, jetzt kommt's. Dann hatten wir, was uns persönlich ziemlich interessant war, war Destiny, einfach weil die halt so einen recht schlichten Stern von außen hatten. Und da war Filme drauflaufen, die von sich, die ziemlich cool aus. Dann haben wir uns einfach mal angestellt, wir mussten eine Stunde warten und dann war es ziemlich cool gemacht. Wir hatten erst so eine kleine Vorhalle, in der sie das Spiel präsentiert haben. Das wird so ein, ja, Shooter-Spiel, wo man aber online miteinander zusammenspielt. Auch Rollenspielelemente halt in Form von Sachen sammeln und Fähigkeiten sammeln. So eine Mischung aus Shooter und Rollenspiel halt, der halt online mit Kollegen spielbar ist. Und nach der kleinen Vorführung haben sie dann uns eine vierte Stunde lang in einen extra aufgebauten Kinoraum gesetzt. Und die Entwickler, also die originalen Entwickler aus dem englischsprachigen Raum, haben sich hingestellt und haben uns dafür eine Stunde lang das Spiel vorgespielt und kommentiert. Was halt ziemlich cool war, da kann man halt sehen, wie das Spiel läuft. Das sah richtig, richtig gut aus. Leider ließ sich das nicht vernünftig filmen, sonst hättet ihr da jetzt Videomaterial zu. Aber so eine Handkamera in so einem Videosaal, das funktioniert nicht so richtig. Aber es hat trotzdem richtig spaßig gemacht, sich das anzuschauen. Aber als Gemeinde haben wir am Ende gesagt, so ja, man kann so ein bisschen Bonusinhalte durch verschiedene Dinge bekommen. Der beste Weg ist, wenn man sich das Ganze vorbestellt. Da dachte ich mir, ach, das ist gleich so cool. Eigentlich hätte ich Bock, mir das vorzubestellen. Nehmen wir zum Vorbestellstand und sehen, ja, das kostet A 70 Euro, was schweinisch viel ist und B geht nur auf Konsolen bisher. Was uns ziemlich geärgert hat, weil wenn das für PC da gewesen wäre und für die üblichen 50 Euro, hätte ich mir das wahrscheinlich schon vorbestellt. So gut sah das aus. Ging aber leider nicht. Es wurde zwar unter der Hand gesagt, das wird für den PC noch kommen, aber offiziell noch nicht. Von dementsprechend hatten wir da nicht so viel von. Dann richtig cool war auch Diablo 3. Das haben wir, also Diablo 3 gibt es ja schon lange, auch wenn ich immer noch nicht dazu gekommen bin zu spielen. Aber die haben halt für den PC das Set-On vorgestellt und der Diablo 3 auf der Konsole. Und das haben wir auch eigentlich eher zufällig gesehen. Wir wollten uns vorher bei Razer anstellen, weil die coole T-Shirts verschenkt hatten. Wir sind da aber wieder weggegangen, nachdem wir erfahren haben, dass wir so vier bis sechs Stunden dort anstehen müssen und uns das ein bisschen zu lange war. Da kamen wir zufällig bei Blizzard vorbei und bei Konsoleneingang, also der PC-Eingang war proppenvoll. Und die Seite für Konsole hieß es so, ja, wie bist du denn für den Stunden anstehen? Dann konnte das gemütlich mit vier Leuten zocken. Aber da war zu viert war und uns gesagt, so cool, stellen wir uns mal an. Probieren wir mal aus, muss ich sagen. Hat auch richtig Spaß gemacht. Also es war erst ein bisschen über- und übersichtlich, vor allen Dingen, wenn man Diablo 3 vorher noch nicht so viel gespielt hat und die entsprechend so die Skills sind, was ich konnte. Aber macht auf der Konsole schon Spaß. Das einzige Problem ist, dass wenn einer am oberen Bildschirmrand ist und der andere am unteren Bildschirmrand, dann ist das halt ein bisschen schwer in seiner Nähe was zu sehen. Ansonsten, wenn man so eine Konsole zu Hause hat, sich ab und zu ein paar Leute schnappen, das darauf spielen, macht, glaube ich, richtig viel Spaß. Also das sah richtig gut aus für, ich bin ja erst ein bisschen skeptisch gewesen, weil Diablo klassischerweise wird halt auf dem PC gespielt, braucht man eine Maus für und alles. Aber das struttet sich da von der Konsole richtig gut, war cool. Dann so Dinge wie Witcher 3, was ich persönlich richtig schön fand. Ich bin ja immer noch am Überlegen, Witcher 1 und 2 mal zu let's playen. Und für Witcher 3 hatten sie jetzt einen Stand da, wo man so ein bisschen, man konnte halt T-Shirts bekommen und ein paar ein bisschen andere Sachen. Und konnte halt währenddessen die Trailer sehen, die schon ziemlich cool aussehen. Dann leider noch kein Spielmaterial, das hätte mich gefreut, da ein bisschen was vor zu sehen. Aber die Trailer waren schon richtig vielversprechend, dass das richtig, richtig gut aussehen wird. Und was, leider habe ich ein paar Sachen auch nicht gesehen, die ich an sich interessant fand, nämlich vor allem Rome 2 und War of the Vikings. Zum einen, weil das aus dem Team sonst keiner so interessant fand und ich dann keine Lust hatte, hinterher alleine einfach nochmal los zu tappern, denn es war so anstrengend nach dem dritten Tag. Das ging eigentlich nicht mehr da noch, also ich hätte zwar noch hingehen können, hätte die Zeit gehabt, aber ich hatte ja nicht mehr die Motivation und so halb motivierten Spielern gucken. Ist jetzt nicht so cool. Hatte ich mir, warte ich lieber ab, dann habe ich Rome schon vorbestellt. Und bei War of the Vikings bin ich in die Alpha reingekommen, ist also alles in Ordnung für mich. Aber da habe ich mir schon von anderen sagen lassen, das soll gut ausgesehen haben, als die das getestet haben. Und was als Stand uns alle richtig überzeugt hat, war World of Tanks und World of Warplanes, also die Spiele von Wargaming. Die haben da eine riesen Show aufgebaut, hatten eine riesige Bühne da, wo man erschreckenderweise auch gar nicht lange anstand, dafür dann aber irgendwie eine Viertelstunde lang, glaube ich war es, World of Tanks oder World of Warplane anspielen konnte. Wir haben uns für beides mal angestellt. Die eine oder andere weiß vielleicht, World of Tanks spiele ich schon ein bisschen. Hab da ein bisschen Erfahrung drin, aber in Deutschland war es cool, halt mal so die, ja, hochstufigen Panzer zu testen. Mal zu sehen, was es da doch so gibt, so das eine oder andere mal auszuprobieren. Außerdem hat mich ziemlich gefreut, dass der Rest des Teams auch Spaß dran hatte und entschieden hat, wir werden das wahrscheinlich auch alle mal spielen. Sodass es wahrscheinlich dazu dann auch mal Videos geben wird. Ich glaube, unter Umständen werde ich mich sogar gleich dran setzen, da mal was aufzunehmen. Hab da ein paar Ideen, wie man das umsetzen kann, mal schauen. Und World of Warplanes hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich bin bei Spielen, wo man fliegt, prinzipiell immer ein bisschen skeptisch, weil Steuern recht schwer. Da muss ich sagen, war die richtig einfach. Also man konnte Karte intuitiv reingefunden, hatte dadurch, dass man halt alles an Flugzeugen zur Auswahl hatte fürs Testspielen. Konnte man halt irgendwie ein paar Flugzeugen, die zumindest ganz gut aussahen, wo man dann ein bisschen auch gut mit Steuern konnte. Und ist in der Dämonie eigentlich recht gut da reingekommen, konnte auch noch mit der Steuern, hat wirklich Spaß gemacht. Man muss auch dazu sagen, die haben währenddessen die dickste Show überhaupt aufgebaut. Also zwischen der Einstellreihen war halt eine Showbühne, wo dann Messebabes rumgeturnt sind und Tanzshows gemacht haben. Und wo halt auch Giveaways in großen Massen waren. Und prinzipiell jeder, der sich angestellt hat, eine dicke Tüte bekommen mit Plastikpanzer, Plastikflugzeug, T-Shirt. Giveaway, Dogtags, Schlüssellänge, also die haben wirklich einen Haufen Scheiß rausgehauen. Und das war auch für mich insgesamt so am beeindruckendsten. Auf der Halle, in der die waren, waren die Selfmade-Free-to-Play-Titel und die Hardware-Hersteller. Und man hat einfach gemerkt, die haben die dickste Veranstaltung gemacht. LOL hat große Turniere gemacht. Zum Teil, was ich gehört habe, Entwickler gegen ausgewählte Leute aus der Community, sodass man die dann halt irgendwie sich vorher dafür qualifizieren konnten. Was natürlich richtig gut ankam bei den Zuschauern. Weil jeder will sehen, wie die Entwickler auf die Schnauze bekommen. Dann gab es da noch ein paar andere Free-to-Play-Titel, also Shooter-Wettstreit-mäßige Dinge, die halt dann Shows veranstaltet haben. Und die haben halt auch vom Merchandise, von der Werbung her, das meiste gemacht. Also, wie gesagt, Wargaming, das halt hier richtig, richtig viel dazu rausgehauen hat. Firefall hatten wir, die hatten eine richtig clevere Idee, da sollte man sich dann losgehen. Und das Firefall, also so ein paar Foto-Challenges hatte man, so das Logo mit mehreren Leuten darstellen, so den Schriftzug Firefall, ein Bild von Firefall-Logo mit einem Razer-Mitarbeiter, mit dem Gamescom-Logo, vor einer ESL-Bühne und so was, also alles, was irgendwie in der Nähe war. Also, dass man die ganze Zeit rumläuft und Fotos davon macht, mit diesem Logo drauf. Das ist halt marketingtechnisch eine echt clevere Idee, die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Und dafür haben die auch Dinge rausgehauen. Wir haben hinter Bierkrüge, also Schnapsgläser, Rucksäcke, Plüschtiere, T-Shirts hat man bekommen, wenn man sich einfach kostenlos für Spiele registriert. Also, die haben richtig, richtig viel dafür veranstaltet, einfach massenhaft Zuschauer zu gewinnen, die irgendwie dazu zu bekommen, das Spiel mal zu testen und dann halt hinterher auch weiterzuspielen. Und die Hardware-Hersteller haben auch in dem Maßstab rausgehauen. Das fand ich teilweise sogar schon zu heftig, was die an Shows hatten. So, gerade, wir haben uns bei XMG, haben wir das angeguckt, bei Rocket hatte ich hier keine Lust mehr, das überhaupt noch zu sehen. Das war halt teilweise einfach nur, steht jemand auf der Bühne und schreit den Namen des Herstellers oder denjenigen, der halt gerade Technik gesponsert hat und die Leute sonst einfach nachschreien und laut sein und jedes Mal, wenn sie besonders laut sind, wurde halt was in die Masse geworfen. Das wirkte teilweise schon fast wie so auf einer, ja, ich hatte das Gefühl, es hätte damals bei NSDP, hat sich das auch so funktioniert, wenn sich da jemand hingestellt hätte, auf dieser, irgendwie bei Wargaming oder XMG gesagt hätte, wenn ich Sieg rufe, ruft ihr Heil, dann hätten wahrscheinlich erstmal alle mitgemacht, ohne drüber nachzudenken. Also, so heftig ging das da ab. Die Leute waren alle wild am Krakehlen, einfach teilweise nur stupide den Namen des Herstellers. Da habe ich mir teilweise schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht so, man kann es auch übertreiben. Also klar, marketingtechnisch funktioniert es, jeder weiß hinterher, wer da war und was es die anbieten, aber es war halt schon heftig, wie die Leute darauf abgegangen sind, einfach nur so einen Koffer, ein Headset, eine Tastatur oder irgendwelche anderen Dinge zu bekommen, die dann in großen Masse in die Masse geworfen wurden. Und das war auch das Einzige, wo die Leute richtig rabiant wurden. Wir hatten eine Mädel dabei, die stand bei, wo stand sie an? Firefall und Wargaming, glaube ich, war das. Und die hat insgesamt dreimal einen von oben auf den Schädel, einmal einen Ellenbogen gegen die Nase und irgendwie auch mal was gegen die Hand abbekommen. Also die war hinterher richtig kaputt und durchgeprügelt, als sie da wieder rauskam. Und das hat die Leute nicht mehr interessiert. Zeitweise hockte sie da auf dem Boden richtig fertig, weil sie halt eine Kopfnuss bekommen hat und die Leute neben mir haben das nicht mal mehr mitbekommen. Sondern haben halt wieder lieber weiter nach oben geguckt, geschrien und versucht, Dinge aufzufangen, die in die Masse geworfen wurden. Und zum Teil hat man auch Leute gesehen, die wirklich rabiat Dinge, die in die Masse geworfen, an sich gerissen haben. Was ich halt schon... Und das war halt dann wirklich unsympathisch. Ansonsten war es sehr cool. So, dann hat er gleich gemerkt, die Leute, die da sind, sind halt alle Gamer, alle haben ein gemeinsames Hobby und dementsprechend waren alle gut drauf und hatten zusammen Spaß. Auch die Messeanbieter hatten Spaß. Wir waren... Ich war von Donnerstag bis Samstag da. Sonntag bin ich dann wieder nach Hause gefahren und wäre auch zu kaputt gewesen, um noch was zu machen. Und selbst am Samstag hat man so gemerkt, die Hersteller haben immer noch gute Laune, grinsen einen an, ein paar Labern ein bisschen mit einem und so. Das war sehr schön. Da waren auch die Indie-Spielstände sehr schön. Wir haben mit den... Was war das? Ja, genau. The Inner World. Dort mit dem... Mit einer der... Das Mädel, das die Hintergrundbilder und noch irgendwas designt hat. Was genau, weiß ich gar nicht mehr. Die war halt dort am Stand, hat das Spiel vorgestellt, da konnte man einfach mal eine Viertelstunde lang mit ihr quatschen. So über Computerspiele allgemein, über Indie-Games, über The Inner World und so. Das war halt sehr lustig, sehr schön und halt auch sehr angenehm, weil bei... größeren Spielherstellern, die hatten zwar auch alle ihre Entwickler da, aber mit denen kann man ja nicht reden. Bei den Indie-Entwicklern konnte man einfach mal ganz gemütlich mit denen quatschen, ein bisschen darüber reden, wie die die Sachen alles finden. Und so, das war halt sehr angenehm. Sebi hat sein Autogramm von Poki auf die Entnerbericht-Auspackung bekommen. Da hat er sich sehr drüber gefreut. Also insgesamt alles sehr cool. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder entgehen. Gamescom hat richtig viel Spaß gemacht. Zu dem Thema, was mit der Show, die die Hersteller zum Teil gemacht haben, da werde ich sicherlich in einem Minecraft-Video noch mal ein bisschen drüber quatschen. Und wie gesagt, ich habe ein paar Titel mitgenommen, die ich auf jeden Fall ausprobieren oder spielen werde. Die ist Dragon's Prophet. Garantiert. Sah cool aus. Ich will Destiny auf jeden Fall gerne anspielen, wenn das irgendwie vom Computer rauskommt. World of Tanks, wie gesagt, spiele ich ja vorher schon. World of Warplane werde ich jetzt anspielen. Dafür mal testen und zu den beiden auf jeden Fall auch Videos machen. Allein schon, weil es spielen von unseren Moderatoren schon ein paar. Mit denen habe ich das bisher mal gespielt. Und Sebi hat jetzt angekündigt, der wird spielen. Reduce hat gesagt, er spielt das mal und ein paar andere halt auch noch. Sondern wird man auf jeden Fall da mal schön gemütlich zusammen ein paar Videos machen können. Mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich kann jedem nur empfehlen, kommt nächstes Jahr zu Gamescom, wenn ihr es könnt. Freut euch darüber. Ich habe da wirklich Spaß dran gehabt, auch wenn es anstrengend war. Richtig anstrengend. Und ich habe mal nachgerechnet, wer da gar nicht im Schnitt am Tag zwölf Stunden lang auf den Beinen und unterwegs. Und hatten irgendwie so sechs Stunden Schlaf oder so. Man hat dann halt abends noch zwei, drei Stunden zusammengesessen und ein paar labert. Dann musste man halt noch rüber, da wo man gepennt hat, da noch mal eine Stunde gesessen und ein paar labert. Ich habe, wenn ihr es mitbekommen habt, ich habe immer abends oder morgens noch Kommentare beantwortet, so gut es ging. Man muss dann auch mal ein Stündchen vorher halten, dass man sich da alles angucken kann. Also war schon hart. Kaum Schlaf. Viel unterwegs gewesen. Aber es hat sich gelohnt. Und ich bin zwar gestern Abend richtig fertig gewesen, als ich wiedergekommen bin, aber das war es wert. Danke an alle, die dabei waren und Spaß hatten. Auch danke an alle, die es auf Twitter mitverfolgt haben und mir da ab und zu geantwortet haben und Dinge geschrieben haben. Das fand ich auch sehr cool. Das hat halt wirklich Spaß gemacht. Insgesamt eine richtig geile Gamescom. Und ich hoffe, man sieht euch alle dann im nächsten Jahr auch auf der Gamescom. Und wann sonst? Bis dahin in meinen Videos und in den Kommentaren. Bis dann, Leute. Macht's gut. Und Leute, wie war das Mittagessen? Wurstig. Wurstig? Mag da jemand Bratwürste? Ja. Ich werde das jetzt mal ganz klarstellen. Ich habe keine Bratwürste gegessen. Ja, Leute. Du magst also keine Bratwurst? Ich magst Bratwurst. Chinesische Nudeln. Okay. Ich mag Bratwurst.